Wurz, hier hast du dich betrogen? Äh, 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 toll Johnny, jetzt weiß es Nils. Warten, seid ihr alle schwul oder so, da bin ich mal zwei Stunden nicht da und schon schiebt ihr nur Agio. Hä, du weißt doch das mit Nils und Nils. Wir haben eine Beziehung. Das Gold, was ich... Ich hab Diamanten, erst hab ich ja ein System gespürt. Oh, da steht der da mit seiner Riesenspinne, ey. Geil, ne? Wohl, ist echt cool. Nee, 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 Peter an der Wäschelein, er ist nicht wirklich Peter, es ist Spider-Man. Spider-Man. Nee, 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 komm schon los, Trime, wir sind direkt hier, äh, vielleicht direkt im Garten. Also ich weiß nicht warum, sie streiten, aber ich glaube, Dad gewinnt. Oh, sorry. Zeig's ihr, Dad. Wenn ich sterbe, töte ich dein Leben. Lol, 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 lol. Oh, nein. Scheiß, ich hab Magneten. Ich nicht, aber ich will trotzdem alles haben. Oh, jetzt, jetzt gibt's Rache. Ja, Mann, Mann, wieso? Will of Bad? Lol, lol, lol. Witchery. Ich hab Angst. Ich hab' nicht schon mal rausortiert, was hier kein... Ich mein' ich hab' bis jetzt jeden getötet. Ich hab' Angst, dass die mich alle töten werden. Lass mal Angst, alle rächen. Alle gehen auf Johnny los, alle Gäste, die jemals da waren, die Johnny getötet hat. Ja, so ein wüger Mob, ne? Ähm, ach du Scheiße, wie mach' ich das denn? Ich muss jetzt diese komischen, diesen komischen Zehn-Sekunden-Dings da irgendwie rüberkriegen. Ah, ah, mein' ich sag' Nein, der, der ist, der ist eigentlich Stable. Überleg's dir. Ja, du kriegst deine Sachen, aber lass mich leben. Auf Vorrat. Ja, ich werf's dir hin. So, weiter weg. Geh weg. Bring's in die Mitte. Hol's hier, ist's hier. Ich weiß, wer Angst hat. Das, das, das. Das, das. Nein, nicht das. Das, das, das. Das, das. Das auch in Ordnung, das auch. Was ist mit diesen Luggets, die da drin sind? Feldschirr ist doch in Arbeit, also nix aus des Felds rauszunehmen. Mein Schwert. Meine Pick-Exe. Nein. Ich hab' gar nichts. Mein Schwert. Ich schwöre. Auf deine Mutter. Das kommt da rein, das Vision-Ziegel, das, 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 das. Ich hoffe, diese Nuggets hauen mich nicht in die Luft. Das ist Rommel, das steht auf Ankacken. Ah, ein Schuss, Schuss. Das kannst du nicht beweisen. Es gibt's ja Fotos, aber das heißt noch gar nix. Das bezieht sich das jetzt auf das Ankacken, oder? Äh, das musst du jetzt wissen. Ja. Ja. Triple-Compressed Cobblestone, Alter. Wir brauchen Quadrate, wir brauchen noch mehr Triple davon. Loll, ich tu einfach null Damage bekommst. Ähm. Haben wir irgendwo Papier? Wir brauchen nur Papier ein bisschen. Was möchte ich mal in Ruhe, ey? Soll ich dich reichen? Nein. Oh, ich hab eben schon Nils gekühlt. Ich will erst mal meine drei Extra-Herzen regenerieren, hier. Ich will irgendwo Papier haben. Nö. In meinem Körper stecken, warte, vier, acht, zwölf Dias. Äh, wo hast du diese Sachen gepackt? Warum regeneriert ihr die denn nicht? Ich regeneriere nicht. Ah. Pinstaub. Gibt's hier nicht. Orvin, hast du noch irgendwo... Ähm, Multi, hast du irgendwo? Sepplens, gibt's dich da mal. Ja, geh mal in die Pflanzentruhe, da ist sicherlich irgendwas drin. Soll, wieviel dir mein Bogen einfach zieht. Wem? Robin. Lustig ist, mich greift er gar nicht an, weil er ganz genau weiß, was passiert. Ja, dich lass ihn roh. Johnny, geh ja nicht in mein Zimmer. Soll ich, äh, Multi, was für Bono? Robbertree oder ganz normale? Ja, Robbertree, denk ich. Nein, 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 nein. Ja, davon knack wir zwei Setmails. Nein, 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 nein. Nicht mal davon haben wir mehr Erfolg, weil Robber brauchen wir mehr als normales Holz. Ich will'n Diamant shrag enhalt, diesen Zusatzschärfe von Tinkers Construct. Äh, das geht nicht, hat nur Eisen. Nein, du kannst, äh, maulium haben. was Manilium kannst du haben, die ja glaube ich geht nicht so Ist dieses Iryllium gut? Manilium 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 mit M Manilium Genau Ja dann mach mal Ja ich geh ins Nether für die Sachen mal Ja für euch Ja er muss sich da selber drum kümmern, geh ins Nether und hol dir die Sachen Ey du hast gesagt er ist der Schmied, warum macht der denn nichts? Ja er ist der Schmied aber nicht der Nicht der Bola Warum haben wir Goldnuggets eigentlich? Naja ist mir Wurst Multi haben wir einen Ranch? Nope Doch Warte Wir haben eine Wir haben Jeter Ranch von Ender IO Vielleicht bringt ihr dir ja was Wie sieht dieses Mi Vanille Da brauchst du Adelt und Kobold So aus dem Nether Dafür brauchst du auch Stahlwerkzeug erstmal Ja Habt ihr denn irgendwas für mich? Weil ihr habt das Zeug ja auch Also müsstet ihr ja auch Stahl Ich hab kein Vanillium, ich hab nur Ich hab ein Diaschwert, ein ganz normales Ich hab kein Vanillium nur weil der letzte Gast als er greffiert Der hat noch aus Kraft gerufen Dann Eingeschmolten für mich zu suchen Also Stahl Diese Gäste Mensch Mensch lasst mich doch mal in Ruhe Moin Aus dem Regenere ich diese scheiß Extraherzen nicht mehr Warte ich muss mal eben die Hartkanister rausnehmen Hallo So Hallo 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 Hey Na Wie geht's? Geh aber bitte nicht in mein Zimmer Das könnte den Tod bedeuten Wieso Tja Das wirst du nie erfahren Äh Moldi, könntest du vielleicht noch Conduit besuchen? Was kann ich? Conduit So Ich bin hier grad eigentlich mit Sortieren beschäftigt weil ich irgendeinen ganzen Scheiß hier wieder richtig hinkriegen muss Ja und mir hast bestimmt grad nichts zu tun mit Also ich brauch ne Stahlhacke oder wie Ich hab so ne spezielle glaube ich nicht Oh Du kannst wieder Eisenfick den Kauferbrauen Das ist falsch Nein kann man nicht Kann ich das denn mit meiner Diamantspitzhacke abbauen? Auch nicht Ey wieso muss das denn eine spezielle Stahlhacke sein? Weil das ein spezieller Mod ist Mit speziellen Ansprüchen Und ich glaub mach mal Und wieso sollte der Gast denn was haben wenn er dafür ne spezielle Hacke braucht? Der Gast hat jetzt Eisen abgebaut Gut dann geh ich jetzt Bist du dir sicher? Ja Also das heißt Mal, 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 Malmium Nein, Ardite und Kobalt Du musst Ardite und Kobalt im Nether finden und daraus machst du dann Habt ihr nicht Ich weiß das selber nicht genau weil ich hab das nie gemacht Und wie sieht Ardite aus? Oh mein Gott Einfach, gibst du einfach mal ein in dein Ding da Okay So, dann hab ich den Scheiß hier Alter, hier ist übelst Karus Ich drück E und jetzt geb ich ein Kobalt Ja So Da kommt nix Mit K Kobalt 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 Oh, heißt das von Tinkers Construct 147 1475 Doppelpunkt 1 Okay, das sieht ein bisschen aus wie Lapis Und das andere, wie heißt das? Ardite Ardite Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Schreib AR Oder schreib At Tinkers Construct Vielleicht findest du das dann auch ARD DDR Oh yeah ARD ARD ZDF Dann jetzt mal ernsthaft ARD Und weiter Äh Ardite Ardite So, unsere Baustofftruhen sind endgültig voll Ardite Erz Wow, und das findet man in der Hölle? Hab ich auch noch nie gesehen Selten Zumindest hab ich das noch nicht oft gesehen Kobalt hab ich schon echt oft gesehen, aber Ardite noch nicht so Brauchst du auch ein bestimmtes Mining Level, um das abbauen zu können Magie Level? Mining Level Ja, Stahl oder nicht? Brauchst du bestimmte Härten abbauen zu können Ja, mit Diamant sollte das doch, oder? Ja Jetzt ist hier ein Waterbucket drin Eine Hose ist hier drin Ein Buch ist hier drin Komm, ich versuche dir den Hintern Okay, mach das Oh Gott Mach das Glas Ich geb dir gleich free Nicht so frech hier Hä? Wer hat mein Dingses abgebaut, Mann? Wer hat den Dingses abgebaut, Mann? Wer hat den Dingses abgebaut? Nee, ernsthaft Ich baue mir hier extra so ein schönes Ding Und die bauen mir den ab hier Mein mein Portalgun-Dingsster Was hab ich jetzt schon gemacht? Ja, einer von euch bei muss es ja gewesen sein Was soll ich überhaupt aufbauen? Ich hab mich abgeschlagen und wird es reingestellt, ne? Oha, Nils, warum machst du so eine Rundordnung? Was soll denn das? Keiner hat hier seit Jahren Ich muss hier grad Ich hab das ME-System, glaub ich, gerade halbwegs aufgeräumt Auch in Rast gleich aus Da ist immer noch Sand Na, also Sand macht grad einer Lass den bloß da drin Tunkstate, oh, alles klar Gunpowder hat hier nix zu suchen Gravel hat hier nix Oh mein Gott, das kommt auch automatisch Oh mein Gott, ey Das weiß ich nicht, was das ist Bloodmagic Alchemical, blablablabla Das ist schilder Magie So des Vodkas reiner Seele so behindert in unserer KGS-Klasse unser Lehrer wollte uns irgendwie was über Gorbatschow erzählen und dann eher so Gorbatschow, kennt ihr, ne? und dann alle so, ja, wegen dem Vodka Gorbatschow Alter, nur Alkoholik, so ne Spaß, Schweißkinder aber ich find's cool ich hab mal einen Quest-Container gebaut, dann kann man alles machen Alter, ich würd den, ernsthaft, ich würd den allen ins Gesicht quacken, ne? damit wärst du ja auch nicht besser das ist nicht, dann wärst du so im Cartman-Style und das find ich jetzt lustig, aber das war's dann auch schon dann wärst du das nicht das ist jetzt auch ne Krims-Krims-Truhe hier so, dann hab ich wieder Haufen Coverstones es gibt ein Rekord, das ist für Metal Bands ein Rekord, wer das meiste Kunstblut und Kunstsperma auf einer Bühne verwendet gibt es ein Rekord, ich weiß jetzt nicht, wie der Rekordhalter ist okay das find ich verdammt ekelhaft okay, ich auch ja, ich, äh, ich, auch jetzt sind hier die ganzen Energy-Sales, äh, Condos drin ey, ich hab zwei Kick-Iron-Erz gefunden, ein Krieg ist ein Stern nö, du kommst an die Wand der Schande die kannst du noch ein bisschen immer machen warum machst du deinen Scheiß eigentlich nicht alleine ich muss ja auch was machen ich muss ja auch was machen ich wollte den ganzen Scheiß-Wechsel-Tür ich mach für dich ne Fahne da rein schau dir ins Gesicht, Mann so, was bringt mir Essenzohr mitnehmen, mitnehmen unbedingt, das brauch ich für, äh damit kannst du Sachen anpflanzen wie Gloss-Sonne oder Ender-Pellen nee, nee, nee Multidelsamen müssen können sie wegschmeißen und wer verzieht? eh, du hast Samen von Multis hier schwul Altmänner-Samen Multis hat sich betrogen äh äh, toll Johnny jetzt weiß es Nils Waren seid ihr alle schwul oder so da bin ich mal zwei Stunden nicht da und schon, schieb dir nur Agio hä, du weißt doch das mit Nils und mir wir haben eine Beziehung gay in war ich habe einen Lava-Einwand und ich denke ihn zu benutzen ja, ja, mach doch mal ich fülle das einfach dabei ich fülle das einfach dabei Reductions-Meter er braucht nicht mehr man, eine Ender-Pelle wenn jemand eine Ender-Pelle hat, das wäre gut dass ich habe eine Ender-Pelle ich habe eine Ender-Pelle nein, aber ich habe dich nur verraten oh oh ja, da sagst du dann wenn ich sage hey, Multis, ich habe 30 Diamanten und du so cool ja, das ist auch scheiße nee, aber an dem Tag war ich echt angepisst du weißt wieso ja Adi 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 Onkel was macht Adi hier ey, das kann man nicht abbauen ähm, nee, trans mal kurz den Excess Terminal, du hab ihn nicht hast du nur alles sowieso ich hab doch gesagt, du brauchst Stahl mir glaubt natürlich wieder keiner ich hab nicht geschütet ich hab nicht geschütet kann er nicht, ich hab dem keinen OP gegeben äh, was denn? ja, wo habt ihr denn das Adi her? das kann man nur mit dieser speziellen Stahlhacke abbauen er hat, äh, es hat der Gast abgebaut, ich nicht, ich hatte schon einen Gast bekommen ja, sagst du, aber wo soll der Gast das denn her haben? ja, der Gast hat, äh, was, warte, was, warte, was würdest du denn überhaupt sagen? Adi herz, kann man nicht abbauen ohne die Stahlhacke also ich bin mir sicher, du brauchst mindestens einen Stahl Aspekt auf deine ja, abgebaut, ich Tinker ja, ich brauch nie, ich brauch Bio mal wieder hier, der weiß bescheid, was das angeht Aluminium Tinker ja komm gleich zu dir, warte wie heißen die Dinger denn? Stahlhacke Lonsward boah, Stahl Aspekt, das heißt, du musst dir so eine Stahl-Spitzhacke gießen oh Gott ja, Stahl, ja, deswegen ist ja auch noch Stahl da drinnen, denn da ist ja Stahlhacke, du brauchst mal hier ich hab noch 8 Stahl in der Schmelze ja, dann gieß mal so eine Hacke ja, ich gieß eine Hacke ja Tanks und Stahl es gibt Tanks und Stahl das ist, äh, glaube ich, äh Gregtag, oder? ein Addon keiner mag Gregt wo die Farben laufen gleich wo die Farben ich hau dir ins Gesicht sooo es sind wieder ein paar Essents, Bernd, bitte schön, Freddy ich will ein Lachstück komm zu mir wow, wow, wow wow, wow halt, stopp auch nur, mir fehlt echt, mir fehlt ein Cornweed halt, stopp es ist Obst im Haus halt, stopp mir fehlt ein Cornweed hier ist kein Obst im Haus wie man sehen kann ist Obst im Haus was war denn tatsächlich im Haus? ey, dieses Video war so gut, ne? Blutholz Dunkelholz Dunkelritter ist ein Elektrikbau gut? ja, der ist relativ gut ja, der ist relativ gut das ist schön und jetzt werde ich dich schlagen ok Meisefeste, ja ne haben wir noch Stahlum Weil ich glaubes reicht der ganzen 6 Stahlhänge ich hab ein bisschen Stahl vorhin in die ja, ich meuses frei icke spbung Warte, brauche ich bedEsse? brauchst du l headedst würdest du ne Stahl- ahhh hammer haben oder ne Stahlblah Frage ist das? ey ich will so'n Ding, womit man halt Erze abbauen kann Ja, Hammer oder Axt. Beides. Du kannst es jetzt aussuchen. Möchtest du ein Hammer oder möchtest du eine Axt? Hammer ist cooler, also ich empfehle dir Hammer. Hammer macht man noch 3x3, ne? Ja. Ja, ich will ein Hammer. Sehr gut, meinem. Wir sind ja keine Juden. So, ah. Wie offensichtlich das einfach ist. Nein. Nein. Man denkt... Wie meine mit Jute Beutel, die jetzt nicht, dass es hier jemand voll verstorben sind. Mann, Jungs! Sie haben nur Scheiße. Die stinken. Die Jute Beutel. Verstehe ich nicht, das muss ich jetzt mal erklären. Kobold Shortbow. Das will ich haben. Shortbow gibt es auf Longbow. Wer weiß, wer weiß. Gibt es gar nicht. Ich... Es gibt Sachen, die gibt es gar nicht. So ein Flexbogen von den mongolischen Horten. Die sind richtig babbo, die Bögen. Okay. Wollt ihr, komm mal gucken. Okay. Du musst dir vorstellen, vier verschiedene Holzarten aneinander gedrückt, so ein Band rum. Und die werden gegen ihre natürliche Krümmung gespannt. Das heißt, da ist so ein Druck hinter, dass sie selbst durch Kettenhemden durchgehen. Warte. Komm mal wieder. Mann, der weiß Bescheid. Wäre ich? Oh. Ich erzähle mich richtig. Doch, du auch. Aber es ging grad um was anderes. Scheiße, jetzt auf Pulverizers. Juckt mich jetzt einfach nicht. Hat man das eigentlich rausgehört? Ja. Oh. Ist das schon allein gewachsen, oder hattest du Bordenmeer? Ich hab kein Bogen. Wurden Short, oh. Bogen. Wurden Short. 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 Wurden Short.